Willkommen ihr Sepplinge zu unserem neuen Streamplan für die kommende Woche. Bisschen was hat sich verändert, genau genommen sogar ein bisschen viel. Geblieben ist bei mir der Star Stable Stream von 17 bis 19 Uhr am Sonntag, Treffpunkt wie immer Nilmas Hochland. Was sich bei mir geändert hat, ist der Dienstag, denn da kommt ab sofort nicht mehr eine Stunde Lischer online, sondern zwei Stunden Creativerse mit euch zusammen auf unserem Sepp Community Server. Bei mir haben wir den Mario Kart auf den Moda gepackt, wo wir uns natürlich ganz normal gegeneinander battlen, die Kaddi und ich. Zusätzlich haben wir jetzt eine weitere Mario Dröhnung, denn ab Samstag werden Kaddi und ich uns auch auf dem Platz gegenseitig die Bälle um die Ohren schlagen, denn Mario Tennis Ultra Smash ist dort dann auf dem Plan. Und damit viel Spaß bei den Streams.